Moin meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Böllern! Mit 1 gute Mikrofon! Hey. Das war jetzt schon wieder ein bisschen offensive. Ne. Da ist die Stimmung... Ne, die Stimmung ist schon wieder kaputt. Dankeschön, Malte. Da dachte ich mir, guter Spieler. Hol ich mir den Malte ran. Deswegen haben wir auch eine der schwierigsten Kombos, die man in League of Legends überhaupt spielen kann, gewählt. Yasu Malfight. Ich denke mal, ihr könnt da noch einiges heute lernen. Autsch. Ah, wir haben ja beide Schilde, die Lappen. Alter, siehst du? Fängt. Siehst du da den Damage, Alter? Alter, die Doppelschild-Kombo. Daran haben wir ja... Natürlich haben wir daran gedacht. Komma, Rani, ihr Junge. Falsche Richtung. Also es könnte jetzt auch sein, dass es vielleicht schon doch ein paar Minuten her ist, wo ich das letzte Mal Yasu gespielt habe. Ah! Irgendwie ist man schon im Unkel. Malfight ist mein Main. Alter, du bist halt... OP, Junge! RANDA! BÖLEN! Alter... Fick den Jungen! Hast du den? Den hab ich, den hab ich, den hab ich safe. JA! Unser Gameplan funktioniert bis jetzt. Ja, nicht sterben und Kills kriegen sie. AAAAAAAH! Alter! Die Uli von dir war halt komplett boosted! Von mir? Nee, von... RANDA! AAAAAAAH! Nein, mein Freund, nein! AAAAAAAH! AAAAAAAH! Es war schön mit dir. Aber ich hab den Kill gekriegt, Worf. Go! Alter! Oh, so saftig, Junge! AAAAAAAH! 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 Zugriff! 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 RANDA! 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 Tower Dive! 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 Zugriff, Zugriff, Zugriff! Nice! One! War... 100% Treffmalgenauigkeit. Gar kein Problem. Ich hab vielleicht noch Heel-Ready. Calculated. Oh nein! Zugriff, Zugriff, Zugriff! Ich wollte die Last hinten, Du Bongo! Ja, dumme Leid, den hättest du dir doch wirklich verdient. Oh. Ah da. Das ist ja richtig lecker da unten. Alter, du bist einfach ein Balanced Champion. Nein, ich bin nur gut. Komm mal hier, komm mal hin. Ja, 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 ja. Zugriff, 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 Zugriff. Ähm... Nee, nee, nee. Entschuldigen Sie bitte. Ähm, Entschuldigung. Hallo, ähm, Viertelstix. Ich will jetzt... Ja, wenn du jetzt vielleicht will, ähm... Alter, Tsch, Akali jetzt. Komm mal her. Akali! Ei, 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 ei. Das tut mir jetzt auch... Nein, Viertelstix. Viertelstix. Kommst du jetzt sofort ran, Lungenjunges Fräulein, hallo! Alter, sag mal mit der... Kann man mit der B von Akali jetzt... Nee, nimm du ihn hier, mein Schatz. Ah, doch nicht. Komm weiter, 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 weiter. Alarm, Alarm! Ah, das ist ein Redbar. Ah, das ist ein Redbar. Der Redbar für dich. So, ich glaube, wir müssen jetzt den Brandlein damit holen. So lecker aus. Ey, go, 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 go! Da hab ich nur einen von dir jetzt erwartet. Ja, aber die hätte uns nicht gesaked. Das war dann doch eher schwach von dir. Die hätte gar nichts gemacht. Die Uli. Es geht manchmal auch ums Prinzip. Oooooooly Shit! Äh, bist du am Start? Warte, warte, ja, 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 Ulti nur... Oh, no, 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 no. Get outplayed. Get outplayed, son. Spielt denn so jemand blind? Also, an deiner Stelle würde ich dieses Spiel einfach nur quitten. Du wurdest offiziell vom Planeten gedemütigt, Melphite Ragequid, yes. Alter, kannst du das bitte im fucking... Tide-Loop... Was ist da passiert, Alter? Warum hab ich dich denn getroffen? Ei, 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 ich war einfach nur ein bisschen zu gut für dich. Hä? Zu gut, Alter? Jetzt komm mal wieder rein, hier. Die Hitbox von Melphite ist so groß wie Timo. Ah. Du fuck, Alter. Nein, Alter, du Opfer. Ey. Alter, my time to shine, yes. Ah, nice, eh. Ja, kein Problem, Junge. Jetzt pass auf! Jetzt ist einfach my time to fucking shine! Do it, do it, Malte. Do it. Do it. Ich seh deine Ult! Ich seh deine Ult! Do it! NEEEEEIN! AHHHHH! Das ist mein Junge. Nein. NEEEIN! Erstmal den Full-X-P-Mellphite schilden, anstatt Damage machen. Oh, ein gutes Timing. Aber sicher ist sicher. Alter, ich sehe uns dabei in einer richtig geilen Börder-Action. Ist das noch ein Wort? Ah. So works, man. Ah, meinst du, wir können den Brenner einfach mal ulten? Ich würd' sagen, ult ihn einfach mal das nächste Mal, wenn wir ihn sehen. Go! Ja, da muss man auch manchmal konsequent bleiben, so. Wenn der uns dumm anmacht, so, weißt du, da muss man auch manchmal einfach... Alter, hier. Alter, da kommt ein Viertel! Alter, die kriegen wir auch! Ja, das war ein bisschen zu einfach. Siehst du, man muss einfach konsequent. Einmal den Brenner geholdet, und schon bricht die gegnerische Linie zusammen. Ich hab's nen Barrel. Komm mit, komm mit, komm mit. Hey. Mann, er geht wirklich. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh ja! LoL! Was? Wo ist er hin? What? Ich hab, ich hab Codon. Lass mal gehen, bitte. Äh? Lass mal... Man muss mal wissen, wann genug ist. Äh? Ich hab aber... Oh Shit. Hahahaha. Sieben? Ja? Fünf? Ja? Vier? Du, es ... Drei? Ja? Uh- du! UNOS! Jawoll! ... B grannyyy! Bin ich doch bereit! Warte mal! sterben bald! Was?! Wat Just No? Wir haben das vorbereitet! Guck dir den Jungen an, Alter, denn er hat kein Bock mehr! Weiter! V cheap! Ich hau keinen Heal! mehr. Klatsch den weg. Oh mein, der kann nicht. Der hat nur ein GLs. Ja, das ist einfach Balancedos. Da bin ich ja ein bisschen zu krass mit dem Champ, muss ich sagen. Alter, das war wirklich der erste Moment in einem, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal so konzentriert in einem Normal-Game war. Puh! Aber alles für unser Team! Alles für den Sieg! Zack, zack, zack! Très bien! Mon ami! Ha, ha, ha! Le joye easy! Jawohl, nochmal ein Frisch-Kill. Und rein da, muss ich sagen. Ja! Was? Was? Alter, das war das beste Spiel, was jemals gespielt hat. Danke fürs Zuschauen, mein Lieben. Das war eine weitere Folge Böllern. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert nicht. Wenn wir, wann es schwierig kommt, muss ich sagen.